Hallo, heute möchte ich euch erklären, wie ihr mit Ingwer Zitrone abnehmen könnt und mit diesem Schlankwasser zu eurer Traumfigur findet. Jeder kann von der ausgezeichneten Wirkung von Ingwer und Zitrone profitieren. Nebenbei sollte man aber auch auf eine ausgeglichene Ernährung achten und zusätzlich ausreichend Spott treiben. Die Zitrone ist sehr vielseitig, sie ist sehr gesundheitsfördernd und als natürliches Abnehmmittel bekannt. Diese Zitronenfrucht ist eine echte Vitaminbombe und enthält sehr viel Vitamin C und wirkt deshalb sehr stark antioxidant. Daher wird Zeltungen und schwach. Sie fördert die Fettverbrennung und kann auch auf Dauer die Punde, Wassereinlagerungen und Blähungen. Die Ingwerwurzel wirkt entzündungshemmend sowie verdauungsfördernd und ist weltweit für seine gesundheitsfördernde Wirkung bekannt. In Kombination mit der Zitrone hilft der Ingwer super abnehmen. Nun zum Rezept für den Ingwer-Zitronentee. Ihr braucht dazu eine Zitrone, eine Ingwerwurzel sowie etwas Honig. 50 Gramm Ingwer in dünne Scheiben schneiden. Diese dünnen Scheiben dann in einen Topf mit 1 Liter Wasser geben und das Ganze 10 Minuten aufkochen lassen. Das Wasser nach dem Kochen auf ca. 70 Grad Celsius abkühlen lassen. Dann erst den Saft der Zitrone darin auspressen. Nun noch das Ganze nach Geschmack mit 1 bis 2 Teelöffel Honig einrühren. Zum Süßen. Wer möchte, kann noch beim Kochen vom Ingwer einen Teelöffel Chili hinzugeben. Das Kapasaicin wirkt zusätzlich fördernd beim Abnehmen. Den Tee dann am besten vor den Mahlzeiten oder gleich am frühen Morgen nach dem Aufstehen trinken. Ob dieser kalt oder heiß getrunken wird, macht keinen Unterschied. Am besten man trinkt ihn morgens und dann jeweils noch vor den einzelnen Mahlzeiten. So, und nun wünsche ich Euch viel Spaß und bzw. Erfolg beim Abnehmen. Lasst mir ein Like da, wenn Euch der Beitrag gefallen hat und schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat. Bis bald!